Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit Der heutige Tag könnte die Aufmerksamkeit auf den Halsbereich lenken, der unter dem aktuellen Transit besonders empfindlich sein kann. Es gibt mehrere homöopathische Behandlungen, die bei einem entzündeten Hals helfen, Astragalus, mit warmem Wasser vermischtes Salz zum Gurgeln und frische Zitrone auf ihr Essen. Ein verletzter Hals sendet eine Botschaft an Ihren Körper, nicht zu sprechen. Dies führt zu einer Verinnerlichung von Emotionen und kann zu psychischen Problemen führen. Versuchen Sie, Ihr Lymphsystem in diesem Fall zu entschlacken. Karriere Eine kleine Stimme in Ihrem Kopf sagt Ihnen, dass Sie vielleicht in Schwierigkeiten sind. Dieser Ärger hat mit einer kleinen Notlüge zu tun, die Sie vor etwa zwei Wochen erzählt haben. Sie dachten vielleicht, dass diese Lüge harmlos sei, aber jetzt fängt sie an, nach hinten loszugehen. Liebe Sie können heute nach Herzenslust predigen. Die Person, die Sie sich wünschen, wird vielleicht nicht zu Ihnen eilen, aber Sie werden mit Sicherheit ein Publikum haben. Derjenige, der noch sitzt, nachdem Sie Ihren stundenlangen Monolog gehalten haben, ist es wert, zum Essen eingeladen zu werden. Er weiß offensichtlich einen guten Verstand zu schätzen und gerade Ihrer scheint sein Herz erobert zu haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!